und da hat man jetzt willkommen zurück zu einer weiteren folge sommer des war chronicles schön dass ihr wieder dabei seid ja mir letzte woche letzte folge aufgehört und ja gemacht was das ja 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 okay kann ich meinen namen ändern hier kann ich schon drei ständer licht dunkle monster auswählen und hier kann ich sogar in vier sterne mann so was das sehr geschenkt naja cool 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 naja das glaube ich zeit begrenzt ja oder ich habe wieder noch vier sterne ticket wo man gucken was er dann ja auswählen das set können wir tatsächlich mal direkt anziehen wenn wir das dann schon können ja die haare lassen wir mal so das starten wir aus das ausstelle ja gut das ist hier auch so ein helm gewesen nicht sicher was da jetzt besser ist also die frisur nicht sicher wer es mag na klar bin jetzt kein fern davon man kann ja auf jeden fall sehr viele sets auch nachher basteln die tatsächlich auch stats geben also bonus stats auf die monster die kann man alle für free auf jeden fall kraften je nachdem wie krass dieses set ist also dieses orangen legendäre zeit halt das wird nachher ganz schön lange dauern dies zeug zu sammeln aber einige sachen sehen halt auch dementsprechend cool aus so dass wir mag ich halt auch ziemlich muss man ich bin mir ganz sicher ob man das für jeden charakter tatsächlich dann fahren muss oder ob man das dann für alle hat ich glaube man hat das sind für alle direkt sicher bin ich mir da jetzt nicht weil so weit war ich tatsächlich nicht dass ich die ganzen gears hier zu ende gefahren habe aber ja genau wir haben jetzt hier das semester set komplett gerade ja von free bekommen das erhöht den angriff von cleave um 27 und wir können wir halt noch einiges sammeln wie man sieht und man kann hier einfach auf diesen garen klicken und dann sieht man halt hier auch was man sammeln muss wo man das kriegt kann man also wo man das kriegen kann einfach hier oben auf diesen gps button sag ich mal location button nennt sich das glaube ich klicken und dann kann man hier draufklicken läuft er noch also bei den meisten zumindest alleine hin man muss meist irgendwas sammeln also so pflanzen man kann hier pflanzen und früchte und was nicht alles sammeln vielleicht sehen wir ja gerade mal irgendwas hier irgendwas in der nähe nein naja werden wir auf jeden fall früher oder später schon sehen so hier müssen wir nachher hin gibt es doch zeug zusammen oder nicht okay egal machen wir erstmal hier die sonnenschein hüllen hunde ich habe ich ein kurier hei dabei wo wo eh achja ich hatte ja letzte letzte folge beschwört und man kann ja bis zu drei gleichzeitig also bis zu vier ähm gleichzeitig hier rumlaufen ja genau da ja irgendwie habe ich das vergessen nicht ganz realisiert genau also ISIS, Garuda und was war noch das war nicht nur die beiden was war denn noch äh ich komme gleich drauf zur Not muss ich nochmal nachschauen also drei Monster am Anfang waren halt auf jeden Fall sehr okay das sind halt drei Sterne Monster die sind sehr leicht einfach zu upgraden deswegen nimmt man sie am Anfang um halt ins Endgame zu kommen falls man bis dahin halt schon ein paar achso ich brauch's nicht mehr äh falls man bis dahin ein paar Netfors und Fives äh gesammelt hat ich meine ich habe ja jetzt hier paar gezogen ne wir werden ja mal kurz gucken hier wir haben jetzt den Feuer-Enogami hier am Start als Vierer wir haben Megan hier als Vierer also der Feuer heißt Rao Ork ne ich sag einfach nur immer die Dings weil die meisten äh ich weiß nicht warum ich gerade ein Level aufgestiegen bin die meisten können immer nichts mit dem Namen anfangen gerade die Leute die neu anfangen jetzt mit dem Spiel oder generell mit Summoners 4 nie Berührungspunkte hatten wissen jetzt nicht zum Beispiel dass der hier erweckte Rao Ork heißt wir können ja mal kurz gucken das kann ich noch nicht erst hier erwecken auch wenn dann äh kann ich erst später äh hier Megan halt ne und so weiter und so fort also das wissen die meisten halt einfach nicht deswegen nenne ich sie halt immer gerne so wie sie sind hier halt Windhark ne und äh Feuer-Corel also ein paar Vier-Sterne-Monster hatten wir ja schon am Start die ist glaube ich sogar ganz cool in Wind gewesen wenn ich mich jetzt nicht irre oder war das Feuer? ne Wind war das glaube ich für den einen Dungeon so Transportmittel ähm hab ich den jetzt für immer? ich weiß dass es den auf dem anderen Server auch gab aber nur tatsächlich sieben Tage lang also begrenzt aber okay warte mal ich soll hier ach ja die Waldfee die äh verstorben ist ha achso jetzt muss ich nochmal überprüfen ähm 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 Cleef du bist es puh dem Himmel sei Dank ich bin okay ich werde dir sagen was passiert kannst du ein bisschen näher kommen ja klar kann ich so schnell lesen ich hab die Waldfee hier in der Nähe getroffen sie hat versucht die im Wagen des Jägers gefangenen Garudas zu befreien ich höre dass einer der Garudas am Wagen die Halskette hatte und beschloss der Waldfee zu helfen aber dann griff plötzlich jemand die Waldfee an und nahm die Halskette mit ich hab den Übeltäter nicht gesehen aber wer sonst könnte nach der Kette suchen es ist Neo Galagon und es ist bestimmt derjenige der die Halskette gestohlen hat sie werden hier immer noch irgendwo in der Nähe sein du musst gut vorbereitet sein mit dieser Waffe wird es nicht gehen also nimm die hier sie wird in diesem Wald sehr hilfreich sein genau das Schöne ist die Waffen also Cleef selber oder generell alle drei Charaktere können halt auch noch Waffen äh tragen die verschiedene Elemente haben also so wie die Monster halt verschiedene Elemente haben können kann auch Cleef und die anderen beiden auch verschiedene haben so ich muss mal kurz räuspern ich hab leider das Problem dass meine Stimme öfter verschwindet irgendwie hab ich das Gefühl dass es nicht geholfen wird oh Moment so gut nennen wir sie genau ich hab jetzt Ausrüstung die muss ich jetzt ausrüsten so ah ja Autoausrüsten machen wir das jetzt so verwende die Attribute klug um erheblichen Schaden zu verursachen Wind ist stark gegen Wasser greife die Wasserkreatur mit einer Windwaffe an genau je nachdem welches Element du hier aktiv hast ähm ändern sich auch die Skills geringflügig zumindest nicht immer krass aber ja auf jeden Fall haben sie ein anderes Element und macht halt schon Sinn dann gegen das jeweilige Element das Richtige zu nehmen ich bin ein bisschen nervös gibt es wirklich Neogalagone in diesem Wald wir müssen sie schnell finden wenn sie das Auge von Argus gefunden haben äh Geraldine 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 oder was auch immer die auf der Seite des Rudelindorfs war hat ein Rettungssignal gesendet sie könnte auf die Neogalagone gestoßen sein also sollten wir uns auf den Weg zu ihr machen aber um Geraldines Signal zu gelangen müssen wir das Gebiet passieren das die verfluchte Waldgeist bewachen sie heulen vor Wut nachdem die Waldfue umgefallen ist ja macht Sinn aber wir haben neue Waffen wir sollten in der Lage sein durch den Wald zu kommen besiege verfluchte Waldgeist und trifft Geraldine alles klar dann machen wir das da ja das ist ja schon cool ne gefällt mir aber wie gesagt ich glaube bei dem anderen war das halt echt nur bekämpfte Zeit aber vielleicht sagt er ja gleich noch du darfst das nicht mehr haben naja aber so ein kleines Zonade wie gesagt die ändern sich schon geringfügig machen ja jetzt auch natürlich geringfügig mal Schaden wo haben wir ja genau wir haben alles so ab zu Geraldine oder Geraldine oder wie auch immer Psst komm leise her oh ich hab geschrien tut mir leid ich war in Eile es könnte immer noch ein paar Neogalagone in der Nähe sein ich hoffe sie haben mich nicht gehört wir könnten es mit einem mächtigen Feind zu tun haben darauf müssen wir vorbereitet sein ich habe einige Monsterstücke die ich dir geben kann sie werden dir helfen wenn du nicht genug verbündet hast ok ja gut den wollen wir jetzt nicht haben du kannst schnell von Beschwörungsalter beschwören ja genau so wenn man genug Beschwörungsstücke hat kann man natürlich die auch so einfach rufen es ist doch praktisch dass du direkt hierher kommen kannst oder vergiss nicht dass die beschwören das beschwören die Grundlage von Beschwörer ist ja es zahl man das wohl halt ne so nicht erworbene Monster können beschworen werden indem der Monster indem man Monsterstücke sammelt oh Alter noch nicht erworbene Monster können beschworen werden indem du Monsterstücke sammelst komm zurück wenn du genug hast ja ich habe hier unser Wasser Elementar auch wenn ich den nicht brauche ehrlich gesagt ich muss kurz überlegen was war der dritte Wassergeruder ISIS und ich mir fällt der dritte echt gerade nicht ein uff naja zur nächsten Folge weiß es auf jeden Fall ich meine wir könnten können wir da gerade ne wir können beim Index leider nicht gerade reinschauen aber ich habe hier 5 Dinger ich habe übrigens äh gerafft tatsächlich dass ich letztes Mal hier einfach beschwört habe ne also ich meine es ist nicht schlecht weil wir haben hier immer noch den Meilenstein für die Legendary Roll aber ich könnte theoretisch ja auch hier rein ne rein beschwören man muss zwar 200 insgesamt machen damit man das äh garantiert bekommt das fand ich cool ich äh so ein Pity System brauche ich bräuchte Sky Arena tatsächlich auch aber so generell so Pity Systeme finde ich sehr cool dass man überhaupt mal so ein Netvice bekommt aber hier ist es sogar sehr 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 wichtig weil man die eh mehrmals braucht bei Sky Arena ist es so da kannst du die halt mit Devil Mons füttern um die halt hochzuballern hier kann man auch Devil Mons bekommen für die Fähigkeiten das ist halt auch nochmal extra aber es gibt noch ein anderes System und naja da kommen wir später drauf zu wenn wir die tatsächlich denn hier entwickeln erwecken und so weiter können so sehe ich gerade das Monster was wir da nehmen also die Brockengerude auf jeden Fall in Wasser äh die Fee die wir haben hier in Feuer und äh ich komm nicht drauf ich komm einfach nicht drauf oh mein wahrscheinlich nachher wenn ich es beschwöre oder so ist so ein Geistesblitz wir haben auch nicht sicher ob wir einfach sparen sollten die Rollen also wir werden wahrscheinlich eine 200er sehr schnell bekommen ich weiß ja noch nicht auf was ich gehen soll also hier beim Beschwerungsaltar aber direkt hier so ein Papierjäger nehmen weil das ist ja einer der neuen ich kenne ihn gar nicht null ich habe keine Ahnung wie gut er ist oder wie gut die sind äh Feuer, Wasser, Wind ähm ja also keine Ahnung oder auch direkt hier auf äh Wasserkohlt und Mädchen gehen ich meine wir wissen dass sie gut ist so ist nicht ne aber ähm ja kann ich auch nicht ansehen die Details schade ist aber halt nur noch 6 Tage ich weiß nicht ob ich da bis dahin die 200 Rollen zusammenkriege weil ich halt nicht so exzessiv suchten werde wie ich es vielleicht beim anderen Account gemacht habe da ging es relativ schnell mit den Rollen hier wird es eher weniger warum soll ich jetzt hier hin achso warte mal ich musste ja nevermind äh mit Geraldine sprechen ja ich bin natürlich völlig umsonst gerade hierher gerannt aber passt schon Na Anton Auch interessant dass hier auf dem Europa Server auch noch irgendwelche asiatischen Leute unterwegs sind auch hier so Anton hat sich geirrt ich bin in diesen Wald auf Neo Galagon gestoßen aber sie waren auch auf der Suche nach der Halskette es waren nicht die Neo Galagon die die Waldfähne angegriffen und die Halskette gestohlen haben aber ist das Auge von Agas wirklich so mächtig ich habe in diesem Wald spioniert und es gibt eine riesige Anzahl von Neo Galagon ich bin schockiert Psst da drüben hinter der Klippe sind ein paar von ihnen vielleicht kannst du sie heimlich beobachten sie scheinen auf jemanden zu warten Kishra war auch dort es muss etwas los sein ich erzähle dir was im Detail gesehen habe was ich im Detail gesehen habe Okay Jolly Dins Bericht Vorfall im Wald Ich habe den Wald nach dem verschwundenen Auge von Agas abgesucht aber den bin ich zu weit gegangen und ich kann nicht so schnell lesen Macht einfach Pause Alter Lila oder rote Augen heißt furchtbar furchterregend Oh no So Questannahme und Auto Modus Yeah Tippe jetzt auf den Questtitel um zu akzeptieren du bist automatischen Zielort Navigate Das ist ziemlich cool Zack So Wer war derjenige mit dem furchterregenden Augen glühen? Ich hatte solche Angst Ist der Kommandant der Neo Galagon? Ich sollte sofort dem Mikuliv berichten Kommandant Mikuliv sollte im Dorf Rudelin sein Ich werde hier Wache halten Berichte ihm was wir gesehen haben So jetzt brauche ich nicht mehr laufen selber laufen Ist ganz cool So kann ich mich halt voll aufs Kommentieren konzentrieren Wenn es dann was zum Kommentieren gibt Genau es gibt halt hier auch wieder keine Ahnung wie viele Gebiete Rudelin von der Erde gesegnet ist die Größe Kornkammer des Königreichs Rahil und spielt lange Zeit eine wichtige Rolle für den Wohlstand des Königreichs Bis zum heutigen Tag ist Rudelin weithin als Symbol des Überflusses bekannt Okay Kommt ganz viel XP kränk So jetzt können wir auch äh Zeugs einnehmen Annehmen Hier kriegen wir auch nochmal Rollen Sehr schön Hier ist auch tatsächlich äh Ah Shannon Genau Shannon war Nummer 3 Ja Ja Also die äh Die Waldfee Elfe Ja genau Fee war ja genau Shannon war Nummer 3 Ja Oh man Dass ich da nicht drauf kam Okay Nehmen wir mit Hier können wir jetzt echt viele Sachen mitnehmen Dann war auch mit Wobei hier bin ich ja echt überlegen ob wir äh Wie dann geht das noch? Achso das ist Konto gedöhnt Ah hier bin ich echt überlegen Habe ich ein bisschen Geld immer Ah Ich will eigentlich viel to play spielen Oh man Konto synchronisierungsevent Erhalte Kristalle für jedes Konto das du synchronisierst Äh Okay Ja da können wir doch schon mal zwei Sachen einsammeln Apple habe ich nicht Facebook Bin ich mir nicht sicher ob ich da verbinden soll Okay Was ist das? Das ist wieder so ein Sammlevent Das läuft noch 6 Tage Da haben wir aktuell noch gar nichts Ja mal gucken Dieses Event Oder die beiden Events werde ich wahrscheinlich nicht so krass erreichen Level 7 Warte mal rüste deine Monster auf Und halte Upgrade Geschenke Ahja wenn ein Monster hier hochkommt Level 35 ist auch relativ schnell Achso 5 Monster müssen Level 35 werden Ja von der Legendary Scroller 35 ist okay Das geht relativ fix So jetzt haben wir Devilmon Spezialauftrag Das ist Okay 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 Hier ist ein Cross Event Ähm Ich meine das habe ich schon einmal aktiviert Die Prophezeiung Quest Äh Ups Da wollte ich gar nicht hin Äh Erhalte insgesamt 21 Müsse Schriftrollen Für 7 Tage Indem du das Geschenk des Zeitreisenden kaufst Ja Oder ich lasse es einfach Äh Hier Geschenk des Zeitreisenden Für 10.000 Hab ich nicht Wie kriegt man die Dinger Das ist eine neue Währung Mana Stein Obwohl er wie ein gewöhnlicher Stein aussieht Sagt der Prophet Dass er in der Zukunft ein wertvolles Gut sein wird Kann verwendet werden Um das Geschenk des Zeitreisenden eins zu lösen Ähm Ja Okay Wie Wenn ich Das hier Verifiziere Kriege ich Die 10.000 Mana Stein oder was Äh Ich meine ich habe es ja schon Ups Habt ihr mal eine jemals Adresse gesehen Oder was Äh Das mache ich nochmal Wenn ich Ähm Offscreen unterwegs bin Ach genau Ihr könnt hier täglich Wenn ihr Und das ist auch eine ziemlich krasse Zeit 4 Stunden lang Und die 4 Stunden online wart Äh Ganz viel Zeugs ansammeln Ich meine Hier kann 5 Sterne Zeugs drin sein Also es kann sich lohnen Aber nicht jeder hat halt täglich so viel Zeit Wenn ich bis dann doch viel Hier sind ganz viele Sachen Ich weiß noch gar nicht ob ich eine eigene Gilde gründen werde Oder irgendwo beitreten werde Achja guck mal Hier gibt es auch wieder Beschwörungssachen Und jetzt hoffentlich Beschwörung insgesamt Und man kriegt hier wieder eine ganze ganze Menge Ja 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 Da ist echt eine ganze Menge Gut Aber machen wir Erstmal die Quest Konzentrieren wir uns erstmal auf die Quest Leider konnten wir das Auge von Agas nicht finden Ich bin aber froh Das ist nicht in den Händen der Neo Galagon gelandet ist Alleine kommen wir dann damit nicht klar Es wäre besser wenn du den magischen Rat um Hilfe bittest Möchtest du mit Joshua einmal reden? Er ist schon vorhin ins Dorf gekommen und hat auf dich gewartet Es sieht so aus Als hätte Joshua Joshua Wurde er eben nicht noch mit H geschrieben Ein Auge auf dich geworfen Du solltest mit Joshua sprechen und dem magischen Rat um Hilfe bittest Okay Schließe Herausforderungen ab und erhalte Belohnungen Beschwerer Pass Ah ja Genau Den Pass gibt es auch noch Verdiene Beschwerer Pass Punkte und erhalte hier deine Belohnung Der aber auch nur noch 10 Tage aktiv sind Aber hier ist die Polarkönigin am Start Du kannst Punkte und Polar Belohnungen verdienen wenn du die täglichen und wöchentlichen Herausforderungen erfüllst Schließe Herausforderungen ab und erhalte so viele Belohnungen wie möglich während der Saison Ja täglich haben wir schon ein bisschen was gemacht Nehmen wir mal direkt mit Sind direkt auf Stufe 3 Ich habe hier direkt noch was Nice Wöchentliche Herausforderungen haben auch was Nice Und können direkt bis Level 4 alles einsacken Und das war bis Level 30 Ich weiß gar nicht wie schnell das tatsächlich ging hier mit den Leveln Aber 10 Tage naja ist halt echt nicht mehr viel Wenn ich den kaufen würde Würden wir halt die Feuer Polarkönigin For free bekommen Also for free hört sich immer komisch an ne Aber ja Weiß gar nicht was er kostet 10 Euro Also keine Ahnung Dollar ist das hier Wahrscheinlich ein bisschen weniger Also obwohl wir haben jetzt schon wieder 1000 Kristalle ne Genau das meinte ich das geht halt auch relativ schnell Wir sammeln einfach nur alles ein Hier guck mal hier wird dann wieder mit H geschrieben Joshua Du willst dass der Mag Also es war einfach nur ein Rechtschreibfehler gerade Du willst dass der Magische Rat dir hilft das Auge von Aga zu finden Es tut mir leid aber dabei kann ich dir nicht helfen Ich habe bereits einen Auftrag erteilt und meine Verbündeten sind hier in Rudelin Ich wollte dass Serena und Kota sich so schnell wie möglich treffen Das Problem ist dass Kota der uns helfen könnte entführt worden ist Er ist ein Luftschiffpilot der irgendwo in Rudelin Grasland vom Himmel gestürzt ist Kurz vor seinem Abschluss sagte er uns dass er das Auge von Agas gefunden habe Aber dann hörten wir seinen Schrei Er sagte dass er von den Kobolden weggeschleppt wurde und wir verloren den Kontakt zu ihm Wir müssen Serena Skota retten Der weiß wo sich das Auge und Agas Äh das Auge von Agas befindet Macht euch sofort auf den Weg zur Koboldstadt im Rudelin Grasland Alright Jetzt haben wir wieder ein neues Reitier Bbb Okay Ja das habe ich habe doch schon Menno So mit einem Transportmittel kommst du schneller voran bla 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 Das wissen wir alles schon Deswegen will ich da gar nichts großartig lasern Und hier steht auch keine Zeit Also ich kann halt die Auch einfach Ja S M S ist wahrscheinlich Ich weiß nicht was S heißt Small Klein I don't know So wir haben Shannon am Start Genau Shannon werden wir auch mal direkt mit ins Team nehmen So dafür nehmen wir dich raus Und Shannon rein Speichern Ich habe dort direkt gesehen wie das funktioniert Ne Einfach hier oben auf das Buch klicken Hier links halt irgendwie rausnehmen Und dann halt Den jeweiligen Das jeweilige Monster Reinnehmen Genau Shannon Isis Und Konamiya Konamiya heißt ja was Ich muss kurz überlegen wieder So Dann werden wir doch mal eben schnell Koda retten gehen Ich werde diese Folge wahrscheinlich jetzt auch eine Stunde lang laufen lassen Also aufnehmen Genauso wie die nächste Ich weiß halt nicht wie schnell und lang das halt alles dauert Also ich war relativ fix im Endgame aber ich habe auch viel geskippt ich habe nicht großartiges was gelesen Jetzt nehmen wir natürlich die ganze Story hier mit Jetzt nehmen wir natürlich die ganze Story hier mit Genau überlegen ob wir wirklich ein komplettes Let's Play daraus machen oder ich tatsächlich auch einfach Sache skippe Sache skippe Und euch dann einfach nur die jeweiligen Sachen einfach zeige also so Key Momente Also Schlüssel Momente Schlüsselereignisse So wie die Dungeons und so weiter Oder ob wir wirklich ein komplettes Let's Play draus machen Aber ich denke mal wir machen ein komplettes Let's Play draus Damit wir auch die ganze Story hier einfach mitnehmen Generell mag ich ja Story Spiele, RPGs und so weiter Von daher An mir soll es nicht liegen An mir soll es nicht liegen So jetzt kommen wir in unser erster Dungeon Im Dungeon kannst du Belohnungen wie Runen, Schriftrollen und Gold erwerben Ja dann Rein da Du kannst bis zu 3 Monster mitnehmen Yeah Wenn du ein Monster austauschen möchtest Drücke zuerst auf den Slot Wähle das Monster zu dem wechseln willst aus deiner Monsterliste aus Drücke dann auf Einstellung bestätigen um zu speichern Platziere deine Monster und drücke die Taste Kampf beginnen um einzutreten Ich wünsche dir eine gute Reise Vergiss nicht die Schatzkisten zu öffnen die überall im Dungeon auftauchen Gehe in die Nähe des Meilensteins die du während des Fortschritts siehst Um es nach der Niederlage von diesem Punkt aus erneut zu versuchen Also ob wir verlieren würden Nee 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 Ich doch nicht Das ist unheilvolle Liederenergie Kann das sein? Autsch Es wird weh Neogalagonga 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 Lass die Trommel erklingen Verstanden ich werde die Trommel schlagen Trommel weiter ich werde die anderen wissen lassen dass keine Ahnung ich kann nicht so schnell lesen Ich bin auch musikbar während ich die Trommel schlage No 무�равств Hallo? Wir können ja garnichts Alles klar, auf ihn. Okay. Müssen wir alle Kommen da so besiegen. Koppeltraub zusammenstehen. Oh ja. Guck mal, ne Wille. Oh ja, war noch ne Kiste am Start. Achso, ja, erst. Erst die, ja. Wahrscheinlich wieder eine zweite Welle, war klar. Nee, ich will hier. Schaden ist so süß. Äh, ich will, genau. Der Kobold, oh. Ja, lass mich erst die Kiste. Okay, danke schön. Ja. Ja, weiter geht's. Genau, hier das ist so ein Checkpoint. Falls man tatsächlich beim Boss jetzt hier verkacken sollte. das wird wahrscheinlich irgendwann irgendwo in früh irgendwo früher oder später hat mal passieren hier oder euch und dann könnt ihr halt da mal wieder starten was ich halt auch gut finde ist wenn ihr nachher landes macht also ist jetzt dann schon so weiter dann müsste den ganzen so einmal abschließen und startet dann halt quasi jedes mal wieder form vor dem was da auch ziemlich cool ist ich lebe noch ich werde zum kobold wurde gewonnen wenn du nicht gewesen wäre ich entdecke einen mann mit dem auge von agas als ich vom himmel über den grassland von rudelin das fernrohr schaute also landete ich das schluss also landete ich das luftschiff in aller eile diese person wurde von den neogalagoen verfolgt ich wollte ihn also in das luftschiff bringen und wieder abheben aber in diesem moment wurden wir angegriffen und stürzen ab verzweifelt floh ich aus dem abgestürzten luftschiff aber diese kobolde schleppten mich hierher sie müssen gedacht haben dass ich das auge von agas habe ich muss herausfinden wo der kerl der das auge von agas gestohlen hat hingegangen ist und geht zurück ins land wurde liegen und erzähle joshua von der situation was la was la bäm blablab boah da sind wir ganz schnell wieder im dorf gewesen und ich bin sogar fast level 7 das war eine menge erfahrung die wir gerade gekriegt haben danke dass du kota gerettet hast kota ist ein alter freund und kollege von mir und du hast dein leben gerettet dies ist ein kleines zeichen der dankbarkeit es scheint dass du ein ziemlich talentierter beschwerer bist es wird dir von nutzen sein oh ja eine beschwerungsrolle immer mehr davon bitte danke 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 welcher protokoll rahel welcher sollten wissen sollten was wissen ich kann nicht so schnell lesen hallo abenteuer aufzeichnung das wichtigste an welcher protokoll sind die abenteuer aufzeichnung besiege den kobeltäubling haben wir gemacht achso um eine belohnung für den abschluss zu erhalten und in das nächste kapitel zu gelangen ich hätte vielleicht mal alles lesen sollen egal so einen skill verstärken das machen wir doch mal eben schnell dann haben wir das auch fertig so das muss ich jetzt nicht alles machen monster beschwören ich muss tatsächlich direkt zehn monster beschwören hätten wir denn genug rollen die selektive beschwörung erlaubt ist die innerhalb einer bestimmten anzahl von versuchen erneut zu beschwören bis das gewünschte monster beschworen wird das ist doch doch das hatte man am anfang auch schon naja wir haben jetzt hier tatsächlich ganz viele beschwörungen also wir haben auf jeden fall net five for free hier überprüfe zuerst das ergebnis der beschwörung und entscheide dich dann für die selektive beschwörung nach der bestätigung wird die beschwörung unabhängig den verbleibenden beschwörung beendet aber das gewünschte monster nicht erscheint kannst du die anzahl der beschwörung zurücksetzen indem du eine quest durchführst also ziehe auf die beste auswahl ja nice ich glaube ich überspringe hier einmal kurz alles mein freund wird euch alle beschützen auch rika also kult mädchen nur in feuer alles überspringen so wir wollen uns ist das net five eigentlich egal wenn ich ehrlich bin ich möchte halt am anfang nur direkt noch garuda und also das wasser guter und feuer bekommen dann beschwören wir halt einfach so lange bis wir sie haben welches net zwei habe ich diesmal bekommen gar keins Wenn er erneut beschwerfst kannst du die aktuellen monster nicht erwerben trotzdem warte mal wir haben keinen net five bekommen gerade da bin ich gerade blind ich dachte der wäre immer eins für free immer eins dabei Nur ein meister kann einen meister erkennen naja cool wie kann man sich bei sky arena fusionieren Ich habe keine ahnung wer ist ich habe ihn aber ich weiß nicht wie er ist Das wundert mich jetzt gerade bis hin dass Da steht immer net five garantiert egal egal wir machen jetzt so lange bis ich halt hier meine reise und links habe So wir haben wieder nichts wäre natürlich cool wenn ich halt beide in einer beschwerung bekomme ich werde sie auf alle regnen lassen Bastet Die wüstenkönigin in dem wasser da haben wir wasser geruder aus feuerfehl noch dabei ja Ja nehmen wir kommen wir haben sie kurz zweimal gekriegt ja Wir haben jetzt unser wasser geruder wir haben hier die feuerfehl sogar direkt zweimal so und bastelt sogar gezogen Eigentlich eigentlich könnte ich sie sogar bauen Weil sie halt auch heilen kann Ist eigentlich eine ziemlich coole beschwerung geworden wir haben sogar noch gar guter stöcke bekommen dann mit können wir den wasser nachher noch schön weiter upgraden das heißt cool Ausfall bestätigen aktuelle beschworene monster wir haben nach der bestätigung kannst du keine sektive beschworene durchführen ja ich bin ganz zufrieden ich bin damit ganz zufrieden und wir haben sogar unsere Gewollten monster direkt am start die wir auch direkt thema rein ballern So einmal die feuerfehl einmal die wasser geruder also speichern das wird unser team bis ins endgame sage ich euch wir werden da erstmal nichts dran machen entwickeln und Erwecken können wir halt noch nicht das können wir erst ab kapitel 29 wo sind wir gerade ich weiß es gerade nicht 14 Das wird wohl noch ein bisschen dauern Bis wir da was machen aber wir können die zumindest ein bisschen leveln Machen wir mal keine ahnung auf level 15 Okay 16 ist okay Damit die wenigstens ein bisschen was können aber können wir max auto Machen wir können ja auch direkt hier auf max machen Wenn ich eh schon genug zeugs habe noch auf leveln Konto level ab Jaa genau das leveln kriegt man auch übrigens sehr viel erfahrung So auto auswahl auto auswahl ein ein runter und den rest da wieder hoch Und unsere feuerfehl Und unsere feuerfee Auf level Jaa hat sich doch schon mal einiges getan Konto level ist auch direkt zwei stufen wieder hoch Wir sacken hier wieder alles ein Und ich glaube ich habe sogar tatsächlich jetzt genug um auch die andere quest hier zu machen Da gehen wir in okkult mädchen rein Wir beschwören immer schön einzeln Muss ja Spannung sein Ok höllenhund Das Schöne ist tatsächlich beim Pity wenn du zwischendurch Ah wieder eine Fee sehr schön Äh wenn du zwischendurch Ähm Net Fights bekommst zählt das halt nicht zum Pity dazu Normalerweise wird dann Pity zurückgesetzt Nicht aber hier Das finde ich ganz cool Äh wieviel habe ich jetzt? 7? 6? 7 7 Das ist Nummer 8 Nummer 9 Und Nummer 10 So Alright Damit haben wir das auch Wir hatten zwar noch eine Rolle Aber das ist uns erstmal egal Jetzt sacken wir das hier nochmal ein Das brauchen wir nur noch 5 So Level der Ausrüstung erhöhen Das können wir aktuell noch nicht Ab Kapitel 17 Mit WinSkills Kreaturen besiegen Das müssen wir noch ein bisschen machen Joa Gut Dann hätten wir das Ach guck mal hier haben wir auch schon wieder Zeugs Also man kann ganz 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 viel Zeugs hier bekommen Also am Anfang klar Ist es eigentlich bei jedem Spiel so Wird hier halt Äh Ganz viel hinterher geschmissen Ne Wie soll es auch anders sein? Jede Menge mystische Beschwerungen Hier kriegen wir auch nochmal eine Rolle Dankeschön Ich weiß gar nicht Wie viele sind das hier noch? 1 3 5 8 11 Naja Geht Aber es war free Von daher Man beschwert sich nicht Ne So Hier AP wird es jetzt interessant So 35 kriegen wir halt auch noch hin Das ist kein Problem Wir müssen aber irgendwas Gut Ich hätte hier wahrscheinlich Bastet einfach mit Hochballern Dann passt das schon Weil Bastet werde ich ja früher oder spät Das sowieso brauchen Alleine für die Arena Ist sie halt echt geil Also in dem anderen Server Auf dem anderen Server War es halt auch sehr 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 Hier übrigens gibt es auch halt massig Äh Kristalle Ne Immer schön mitnehmen alles Ähm Was soll ich sagen? Genau Auf dem anderen Server war Bastet halt auch Äh Echt Top Tier In Arena So Ich wusste dass ich recht hatte Aber es gibt noch viel zu lernen Hast du Scarlet schon kennengelernt? Auch wenn du Scarlet bereits kennengelernt hast Könntest du noch einmal zu ihr gehen Und mit dir reden? Bevor du dich auf den Weg machst Um Agas Auge zu finden Solltest du dich gründlich vorbereiten Scarlet wird dir ein paar hilfreiche Tipps geben Vor allem zu deinen Monstern Ja Ich glaube da brauche ich jetzt nicht mehr so viel Hilfe Oder Tipps Hallo Cleve Joshua ist ein erfahrener Magier aus unserem Rat Ich habe gehört dass er mit den Rahilwechtern zusammenarbeitet Um das Auge von Agas zurück zu erobern Also was du hast mit dem er zusammengearbeitet hat Oh ja Baby Spaß Hier auch schon wieder Das Haar wieder verschluckt Joshua bereitet sich darauf Vor Von den Menschen in Rudel Hilfe für die Suche nach Dem Auge von Agas Du wurdest vorher zu mir geschickt Um etwas über Monsterstücke zu erfahren Kannst du nachschauen Ob du ungenutzte Monsterstücke hast Vielleicht habe ich Stücke Die dir nützlich sein könnten Du kannst ja auch gegen meine eintauschen Schau dich ruhig um Ja Hier kann man auch die Naja Scrolls Wird man jetzt sicher Sollen wir das begleitende Monster ersetzen Nö Ja gut Hier sieht man halt gerade wie es funktioniert Ich möchte aber gerade gar nichts machen So Stück eintauschen Kann ich nicht Was Wieso Wieso muss ich dann zu ihr Wenn es erst ab 19 geht Oh man Okay Machen wir einfach direkt weiter Du bittest unser Dorf Um Unterstützung bei der Suche Nach einem verlorenen Uralten Relikt Natürlich werde ich kooperieren Wie wäre es Wenn du zunächst Bauer Ron Auf dem Rudeling Grasland trist Er ist ein junger Mann Der auf einem Feld In Rudeling Grasland arbeitet Und er bat mich Ihm Bescheid zu geben Wenn die Rahel Wächter kommen Rons Feld Oder Rons Feld liegt direkt Neben dem Dorf Du findest ihn also Soweit du dich auf das Rudeling Grasland begibst Okay So mal kurz wieder Geräuschbett Solange er jetzt im Auto Modus dahin läuft Nutze ich mal kurz die Gelegenheit Mal was zu trinken Ah ja Sehr schön Das war erfrischend Schön dich kennenzulernen Ich bin Ron Ich hab so verzweifelt Darauf gewartet Dass die Rahel Wächter kommen Die Neo Galagonen Haben diesen Ort Bereits auseinandergenommen Warum habt ihr so lange gebraucht Als die Neo Galagonen Vorbeikamen Rannten alle Kleiner Sterne Und niederen Elementare Und ebenen Slimes Die sich im Grasland Versteck hielten Auf das Feld Und zerstörten Landwirtschaften Kannst du mir helfen Das Feld aufzuräumen Kano und ich Kennen diesen Ort am besten Aber Da Kano's Felder Alle besetzt sind Wird er wahrscheinlich Nicht helfen können Okay Das ist auch das Schöne Er geht halt automatisch Da rein Was ist das hier? Ah ja Er wirbt ein Fünf Sterne Wasser Monster Genau Er gibt gar Ganz 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 Viele Pakete Die man sich hier gönnen könnte Theoretisch Was ich natürlich Nicht machen werde Nein Wir werden auf jeden Fall Den Account hier Für die Play spielen Auch Einfach zu zeigen Alle anderen Leute Da draußen Und auch wenn das Ein bisschen Länge Dauern mag Aber das Team hier Die Konstellation Garuda Wasser Garuda Die Windelfe Und Feuerfee Einfach die Konstellation Reicht Um ins Endgame zu kommen Und da halt auch Wirklich viel machen zu können Von daher Ich würde es einfach Anhand dieses Let's Plays Einfach beweisen Okay Du bist der Rahel Werchter Den Ronderant hat Die Neo Galagon Durchsuchten alle Felder Aber als sie nicht Als sie nicht Aber als sie nicht Finden konnten Achso doch Was sie suchten Gingen sie zu der Stelle An der das Luftschutz abgestürzt war Ich bin so froh Dass ein Rahelwächter hilft Ein anderer Rahelwächter Namens Miller Der vorhin vorbeikam Sagte er sei zu beschäftigt Um zu helfen Deshalb hatte ich auch nicht erwartet Dass du helfen würdest Vielen Dank Ich habe gehört Du suchst nach einem Relikt In Form einer Halskette Ich weiß nicht viel Aber ich erzähle dir Was ich gesehen habe Falls es helfen könnte Cool Konto blablab Nice Genau Man bekommt hier auch Tatsächlich Pränke Genau Das wollte ich gerade machen Ich wollte hier unten auch zeigen Aber wir kriegen direkt Ein Tutorial Schnellzugruf ist freigeschaltet Wähle einen Schnellzugruf Slot Als Und können dann hier Pränke und so weiter Reinballern So einmal das hier Einmal das so Eins ist für die HP Und das andere ist Tatsächlich Für SP Ach die Monster Ne Nevermind Die Monster werden dadurch gehalten Genau Also ich war schon wieder Bei einem typischen MMO gerade Nevermind So Mit Kano sprechen Ich drete mich um Als ich einen lauten Knall hörte Ein Luftschiff Des magischen Rades Landete auf dem Boden Seltsame violette Dämpfe stiegen auf Und ein Banyan Der wie der Pilot aussah Entkam aus dem Luftschiff Und glücklicherweise Schien er nicht allzu schwer Verletzt zu sein Und ich ging vorsichtshalber Zu ihm Doch plötzlich tauchte jemand Wie aus dem Nichts auf Der wie Archäologe Plano aussah Plano hatte so etwas Wie eine Halskette In der Hand Und es sah so aus Als würde er sie Dem Banyanischen Piloten zeigen In diesem Moment Griffen die Kobolde an Die Kobolde nahmen Den Banyaner Piloten Gefangen Und Plano versteckte sich Im Luftschiff Sie dachten Die Halskette Seien bei den Piloten Dann verbündete Rellwächter Miller Ist in der Nähe Des Luftschiff Wenn Plano noch dort ist Wird Miller ihn gesehen haben Beile dich Und geh zu ihm Okay Let's go So Ich kann aber kurz erklären Hier übrigens Hier Die Sachen Die man sammeln kann Was ich vorhin Vorhin Oder letzter Folge Ich bin mir gar nicht mehr so sicher Ist bei mir halt alles Wie vorhin Also Was ich vorhin auf jeden Fall erwähnte Mit dem Basilikum Und Es gibt hier viele Sammelstellen Auf jeden Fall Also Du kannst hier Sachen Und daraus halt Andere Sachen machen Was wichtig ist Denn du kannst Später Ähm Das muss ich selber gucken Hier bei Rufe Und der Berufe Kannst du Craften So und beim Craften Gibt es auch den Beruf Koch Oder zumindest kannst du kochen Du kannst halt Getränke Und Nahrung Und was nicht alles kochen Generell aber Musst du halt eh Alles machen Um Gegenseitig halt Hochzuleveln Und Dann Nachher Auch Verstärkung Für deine Ruhen Und so weiter Halt machen zu können Das ist wichtig Das ist sehr wichtig Aber darauf komme ich nochmal zurück Wenn es dann soweit ist Alles jetzt beizubehalten Wird glaube ich eh schwierig Habt ihr glaube ich In 5 Minuten Sowieso wieder vergessen Von daher Mache ich sowieso noch mal ein eigenes Video daraus Wenn ich dann tatsächlich hier Soweit bin Oder ich benutze halt einfach Den anderen Account Ich glaube da war ich schon relativ weit Aber das Das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch Das hier übrigens Könnt ihr auch immer schon mitmachen Hier gibt es immer Schlüssel Und ganz viel Gold Naja Ganz viel Das ist relativ Ne Aber Äh Was Ich will Genau So Hä Okay das war weird So wir sind bei Miller Cleve Ich hab gehört dass du kommen würdest Joshua ist ein schrulliger Magier Ich war überrascht dass er mit einem Wächter befreundet ist Okay Ich bin schon Vor langer Zeit gekommen Das Luftschuss zu untersuchen Aber ich war kurz davor Mich darüber zu ärgern Dass du Und Joshua Getrennte Ermittlungen anstellten Habt ihr denn überhaupt etwas herausgefunden? Ich wollte kein Streit mit dir anfangen Ich wollte nur darauf hinweisen Dass ich es zuerst ermittelt habe Bevor du fragst Plano war schon weg Als ich jagen kann Und natürlich Und was war es nochmal? Agas Nun die Heißkette war nicht da Könntest du also die Untersuchung des Luftschiffes mehr überlassen und woanders suchen? Okay Keck Was für ein Keck ey Verstecker die Skills Okay ich kann nicht so schnell lesen Alter Erhöhe deine Skill Level oder erwirb neue Skills Du kannst verschiedene Nützlichkeits Skills erwerben Wie zum Beispiel die Anzahl der Ausweichung oder Max Mana erhöhen Das ist eigentlich ganz cool mit Max Mana erhöhen Was wir auch direkt machen werden Skills Skillaufwertung Du kannst bis Level 60 Unbeginn zurücksetzen Genau das habe ich ja schon mal gesagt Und Level 60 dauert Bisschen So Äh ist hier Mana 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 Lädt Okay das ist aber auch mit Mana 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 Double Double Das ist aber auch mit Mana 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 Habe ich das noch nicht? Mana 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 Äh Buh 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 Oder haben wir das schon? Lädt bis zu 9 Mana Ah hier Okay Na Moment Das haben wir sogar schon einmal Wir müssen halt nur Level 20 werden Damit wir das halt weiter skillen können Die anderen lasse ich erstmal Da werde ich jetzt noch nichts reinstecken Weil das macht jetzt im Early Game sowieso Keinen großen Unterschied Ob ich da jetzt 1-2 Punkte reinstecke So einsammeln Da gibt es auch nochmal 5 Scrolls Da gibt es auch nochmal 5 Scrolls Ja wir kriegen auf jeden Fall einige Scrolls noch Wir machen Ich sammle jetzt auch erstmal Und keine Ahnung In 2-3 Folgen werden wir mal ein größeres Opening da machen Du kannst den Index Genau Jetzt wird es lustig Du kannst den Index Der erworbene Monster Ausrüstung Sammelgegenstände Und bisher gejagten Kreaturen einsehen Und da gibt es eine Menge Also für Leute die hier 100% machen wollen Also komplettierungssüchtig sind Die haben hier auf jeden Fall Eine Menge zu tun Wenn du den Index abschließt Erhalten deine Monster Bonus Stats Und du kannst auch Belohnungen bekommen Schau sie dir an Sammelherausforderungen Genau Das sind so wöchentliche Dinger Die sollte man auch immer machen Ich glaube das schaffe ich aktuell nicht Weil ich noch nicht genug beschworen habe Ja Genau Also es wäre schon cool Wenn ich halt die bekommen würde Aber kann ich aktuell noch nicht machen Generell wird es Äh Warte mal Das ist monatlich mittlerweile Nicht mehr wöchentlich Ach monatlich Okay man hat einen ganzen Monat Zeit Dafür Ja gut Nevermind Vergiss was ich gesagt habe So Monster Index Hier kann man natürlich nachschauen Was man alles für Monster hat Wenn man alles hier einsackt Werden die Monster nochmal stärker Denn Ähm Wenn ihr Monster Beschwört Also wenn ihr das Set einmal habt Dann aber weiter beschwört Ich sagte ja schon einmal Dass ihr das Monster nur einmal haben könnt Dann Kriegt ihr Monster Stücke Je nachdem wie viele Monster Stücke ihr bekommt Äh Kriegt ihr halt hier Level Ups Und diese Level erhöhen halt Einfach nochmal die Stats Der jeweiligen Monster So hier sieht man halt Feuermonster Kriegen halt hier nochmal Verteidigung ab Also es dauert ein bisschen Bis man hier Level 14 angekommen ist Aber so nach und nach Also es ist halt wirklich Ein Langzeitprojekt So nach und nach Oh man Das war ein krasser Nieser gerade Sorry Den wollte ich nicht ins Mikro lassen Musst du mich kurz muten Wenn ihr so ein kleines Klicken immer hört Dann ist es nur Weil ich mein Mikro mute Ich bin froh Dass ich das gerade rechtzeitig geschafft habe So genau So langsam Projekt Genau nach und nach Könnt ihr dann halt hier einfach Ähm Eure Monster verstärken Also die werden so oder so Stärker und stärker Einfach nur Indem ihr beschwört Hier ist übrigens der Vampirjäger Hier können wir theoretisch mal kurz nachschauen Aber das mache ich In aller Ruhe Vielleicht mache ich nochmal Eine Preview zu jedem einzelnen Monster Gerade die Net5 sind glaube ich am interessantesten Net5 gibt es mittlerweile auch mehr als alles andere Finde ich auch sehr cool Also Net5 gibt es am meisten Wie man jetzt hier sieht Und das könnte ich direkt mal zeigen Für diejenigen die Sky Arena gespielt haben Aber gerade Chronicles nicht spielen Einige Net4 sind jetzt Net5 Unter anderem jetzt Magiere drin Ist jetzt ein Net5 und Sieht sogar ziemlich cool aus Hat auch eine Menge Sex Appeal am Start Gut ich meine das hatte glaube ich auch bei Sky Arena Aber nicht so krass Die Meerjungfrau ist jetzt auch ein Net5 War vorher auch nur 4 Sterne Sylvie ist jetzt 5 Sterne Hier Barretta Bambam Jetzt mal kurz gucken hier Undine War auch vorher nur 5 Sterne 4 Sterne Halloween Kürbis War Jetzt bin ich mir gar nicht sicher Bist du überhaupt dabei? Halloween Kürbis gibt es glaube ich gar nicht in Dings Joker auf jeden Fall Joker ist Sieht hier auch wesentlich cooler aus Ehrlich gesagt War auch nur 4 Sterne Kobold Bombe War auch nur 4 Sterne Himmels Tensoren War nur 4 Sterne Piraten Kapitän War nur 4 Sterne Raven ist neu Na Das kenne ich auch noch nicht Der ist erst ganz frisch dazu gekommen Das war jetzt innerhalb meiner Pause Okay Wie schaut er er weckt aus? Holy shit Okay Ist ein Tank auf jeden Fall Schild provoziert Macht Sinn Sieht auch so aus So Hier die Höllendame Die sieht natürlich richtig nice aus Ragi BF Edna Asima Mh Unsere Asima Und Kroko Achja Höllendame Ist glaube ich Immer in jedem Spiel Auch selbst bei dem Kartenspiel Und bei dem Mobile Spiel Es sind die Höllendame Immer Immer krass dabei Immer Voll fett Stark Voll fett Junge So Dann haben wir natürlich hier Einige 4 Sterne Monster Die vorher nur 3 Sterne Monster waren Ja Auch das gibt es Vagabond zum Beispiel Äh Feuer Bin mir gerade gar nicht sicher War der auch 2 Sterne eigentlich Oder 3 Sterne Wasser ist 2 Sterne Licht und Dunkel waren glaube ich Nur 3 Sterne Interessant dass der komplett 4 Sterne Also 2 sogar übersprungen hat Mystische Hexe war vorher nur 3 Sterne Hohe Elementar war nur 3 Sterne Greif war nur 3 Sterne Inogami war nur 3 Sterne Kriegsmarmut war nur 3 Sterne Echsemann ist neu Äh Merchel Kart Cat Macchio Martino Ich kann das nicht auch sprechen Cat Äh War auch nur 3 Sterne Amazone War 3 Sterne Ja Doch Werwolf 3 Sterne Infernung nur 3 Sterne Eigentlich alles 3 Sterne Oder Warte mal Ist hier irgendwas Hark war 4 Sterne tatsächlich Aber sonst Licht ist auch 4 Sterne vorher gewesen Ich glaube sonst sind alle vorher 3 Sterne gewesen Holy Shit So und hier Ja hier ist Hier hat sich glaube ich nichts Großartiges verändert Die sind alle 3 Sterne gewesen Schlange Ja doch Schlange ist auch 3 Sterne gewesen Bei Dings hier Äh Wo ist denn der Hier Imp Und doch Imp Ja Oder Da verwechsel ich immer die beiden Es gibt ja 2 davon Bei der 11 bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher Ich glaube das war 2 Sterne Karuda Feuer Ist glaube ich auch 2 Sterne gewesen Ja Genau Achso warte mal Wir haben hier noch Sammelindex Das ist das was ich gerade gesammelt habe Da seht ihr auch ganz viel was ihr gesammelt habt Also Früchte Obst Und 4 die Fische Und hier Äh Erze Die Erze sind nachher ganz besonders wichtig Und hier die Kreaturenindex Das was ich in der ersten Folge auf jeden Fall schon erwähnt habe Dass ihr Ganz viele Monster besiegen könnt Und den nach dann halt Ähm Belohnung kommt genau 2500 Insgesamt Die pro Ja pro Monster Also nicht alle Hier es gibt welche Die hier zum Beispiel Die müsste nur einmal gut Das ist jetzt der Dungeon gewesen Aber hier zum Beispiel Das ist jetzt Ein Sumpfgebiet Die müsst ihr nicht so oft besiegen Die sind halt einmal da Warte mal Ne Sumpfgebiet ist schon wieder ein Dungeon Nevermind Irgendwo Das sind alles Dungeon Es gab hier auch Ein Boss Der Ein Ding CFL Event Genau Genau Das müsst ihr Nur 100 mal besiegen Aber der taucht halt auch Nicht so oft Das sind so Events Die Jeden Tag einmal auftauchen Ich bin mir gar nicht mehr sicher Genau wie das war Auf jeden Fall Alles hier 100% zu machen Ja Das nimmt auf jeden Fall Einiges an Zeit in Anspruch Und Ja ich denke mal Ich habe jetzt Erstmal genug Den Erklärerberger Gespielt Und reicht dann auch Erstmal für diese Folge Weil es geht schon wieder 55 Minuten lang Ich hoffe Das war jetzt Zum Schluss Nicht zu viel Was ich da gezeigt Und erklärt habe Ansonsten Ja schauen wir mal Wie das hier in der Story Weiter geht Ich habe wie gesagt Sorry Geskippt beim letzten Mal Ich habe einfach nur Durch 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 Und alles gemacht Ich habe die Story Nicht wirklich mitgekriegt Von daher Wir werden dann Richtig ausführliches Let's Play draus machen Und schauen mal Was wir hier so alles erreichen können Free to play Im Pool gemerkt Free to play Ich werde keinen Cent hier investieren Höchstens in einem anderen Account Aber das ist Zukunftsmusik Wenn überhaupt Von daher Ich verabschiede mich Danke wieder fürs Zuschauen Falls es euch gefallen hat Dann würde ich mich über Ein Like Und ein Kommi Auf jeden Fall freuen Wie gesagt Lasst immer Kommis Dafür Verbesserungsvorschläge Und 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 ich hoffe Wir sehen uns das nächste Mal wieder Bis dahin Tschö Kimpüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüäüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.